Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video zum Thema Selbstvertrauen soll es darum gehen, wie wir unsere Identität eigentlich herausfinden. Die Welt ist so unfassbar komplex heutzutage. Wonach richten wir uns? Was wollen wir denn wirklich? Wie finden wir das denn heraus? In den vorherigen Videos habe ich ein bisschen den Rahmen aufgemacht, dass wenn wir es schaffen, in unser Urvertrauen zu kommen oder in den Ort, wo wir das entwickeln können, dass es darum geht, auszusortieren. Dinge, die nicht zu uns passen, Sätze, die wir uns unser Leben lang gesagt haben, du bist ein Versager, du bist unnütz, zu schüchtern, was auch immer. Wenn wir es schaffen, die mal in Frage zu stellen, dann ist da ein leerer Ort, den wir füllen wollen, der gefüllt werden will. Und das kann ganz schön kompliziert sein, denn wir sind ja noch an einer Stelle, wo wir noch gar nicht so im Vertrauen sind und vielleicht noch sehr, sehr zögern, einfach die Welt zu entdecken und so zu explorieren und zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und es wäre ganz toll, wenn wir eigentlich schon wüssten, was uns gefällt, damit wir loslaufen können. Und ganz oft hindern wir uns daran, herauszufinden, was wir wollen, weil wir den Mut nicht haben, Schritte zu gehen. Und Arthur, mit dem ich auch das Thema Selbstvertrauen im Talk gemacht habe, hat es mal so schön gesagt, macht die kleinsten Schritte, die gerade so machbar sind für euch, anstatt immer nur an das Große zu denken. Ihr habt vielleicht in anderen Videos schon gesehen, es ist wichtig, Visionen zu haben, Ziele zu haben. Aber manchmal sind die Visionen und Ziele noch überhaupt nicht klar und ihr wisst auch nicht, wie ihr die definieren sollt. Und es kann ganz, ganz, ganz gut sein, anstatt an die großen Ziele zu denken, an den nächsten kleinen Schritt zu denken. Ich bin immer noch so schüchtern, ich will aber gar nicht mehr den Glaubenssatz haben, ich bin schüchtern. Was mache ich denn jetzt? Ja, eigentlich würde ich unfassbar gerne auf eine Party gehen und mit allen ins Gespräch kommen und im Rampen. Ja, glaubt ihr denn, dass das realistisch ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Ihr würdet, wenn ihr nur daran denkt, nie den ersten Schritt wahrscheinlich machen. Aber ihr könnt es andersrum drehen. Was bräuchtet ihr? Welchen kleinen Schritt bräuchtet ihr, um zum Beispiel herauszufinden, dass ihr gar nicht ganz so schüchtern seid, wie ihr eigentlich gedacht habt? Also in welchem Bereich möchtet ihr zum Beispiel nach draußen gehen und euch vornehmen, in der Innenstadt 20 Menschen, die ihr nicht kennt, anzusprechen und Hallo zu sagen und zu gucken, wie die darauf reagieren oder vielleicht sogar zu sagen, kann ich mit ihnen kurz über Thema X und Y sprechen? Ist vielleicht zu krass, also macht ihr den Schritt noch kleiner. Sucht euch die kleinsten Schritte, wo ihr sagt, das traue ich mir gerade zu, ohne zu wissen, ob es klappt, ohne zu wissen, ist es das, was ich wirklich will. Und als drittesten, nämlich die Konsequenz davon, ihr könnt dadurch herausfinden, ob es etwas für euch ist, indem ihr ganz, ganz, ganz kleine Aufgaben euch auferlegt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr dann merkt, eigentlich habe ich gar keine Lust, in die Innenstadt zu gehen und Menschen anzusprechen. Das meine ich damit gar nicht, wenn ich sage, ich will nicht schüchtern sein. Ah gut, gut, dass ich es nicht in einem großen Maßstab versucht habe und ein Jahr lang irgendwie darauf hingearbeitet habe, dass ich in der Innenstadt eine Rede halten kann. Vielleicht ist es gar nicht das, was ich will. Das heißt, mein großer Tipp an euch ist, wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr wirklich wollt, wenn ihr noch nicht genau wisst, wie ihr dahin kommt, was ihr euch irgendwo in den Träumen wünscht, dann denkt an den allerersten Schritt. Das ist so ein bisschen wie, wenn ihr den Berg besteigen wollt, dann macht ihr das, indem ihr einen Schritt nach dem anderen setzt. Und ich habe gemerkt, wenn es bei mir um das Thema Identität geht, ich lasse mich nicht stressen. Ich mache das in ganz, ganz, ganz großer Ruhe und vor allem, ich mache ganz kleine Schritte. Früher, also bis noch von einem Jahr, habe ich gedacht, ich muss doch mal langsam wissen, wer ich bin. Ja, ich muss langsam wissen, wer ich bin. Beziehungsweise ich darf mir erlauben, es langsam zu erfahren. Es geht nicht von heute auf morgen. Und das sind solche fundamentalen Fragen, die, wenn wir das mit Druck versuchen, in der Regel nur dazu führen, dass wir zu unseren alten Glaubenssätzen zurückgehen. Jedes Mal, wenn ich versuche, per Geschwindigkeitsturbo an das herauszukommen, an meine Vision, an meine größten Ziele, an das, was ich wirklich will, verfalle ich ganz schnell wieder an meine alten Glaubenssätze, denn die geben mir Halt. Denn bei denen weiß ich ja, wer ich bin. Die kenne ich ja mein Leben lang. Und das andere, das klingt viel zu krass, oder zu sagen, hey, ich setze mich jeden Tag hin, eine halbe Stunde und lasse meinen Geist ein bisschen schweifen und habe im Hinterkopf zum Beispiel, ich würde gerne wissen, was ich mag. Ich würde gerne wissen, was ich beruflich wirklich möchte. Ich möchte gerne wissen, mit welchen Menschen ich mich gerne umgebe, ohne das zu forcieren. Und vielleicht wisst ihr es nicht oder könnt ihr es euch nicht vorstellen, aber es hilft ungemein, diesen Druck rauszunehmen. Denn überlegt mal, wenn ihr euch selber bei sowas Wichtigem auch noch Druck macht, dann könnt ihr es wahrscheinlich auch gleich lassen, weil ihr kriegt eh schon Druck von außen. Also, Thema Identität, Thema Selbstvertrauen. Geht es langsam an. Nehmt euch Zeit. Macht kleine Schritte. Probiert ein bisschen aus. Und vielleicht genießt ihr mal den Moment, nicht zu wissen, wie ihr seid. So unangenehm, unangenehm das klingt und unangenehm vielleicht auch fühlt. Es ist auch eine Möglichkeit, daraus zu wachsen. Und das lässt sich nun mal nur ganz, ganz bedingt beschleunigen. Thema Selbstvertrauen, ganz wichtiges Thema. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, die mit diesen Videos noch nicht abgearbeitet wurden oder noch nicht beantwortet wurden. Ich bin immer sehr dankbar dafür, für neue Impulse. Und auch wenn ihr nicht einverstanden seid oder eine andere Meinung habt zu dem, was ich sage, denkt dran, ich bin nicht der Weise, der alles weiß, sondern ich möchte mit euch in den Dialog treten. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.